Ich renne jetzt einfach mal hier lang. Da geht's nicht raus. Aber hier geht's raus. Wo komme ich denn jetzt hier wieder hin? Nee, hier war nix. Hast dich verguckt, Kollege. Geh mal da weg. Geh da weg. So. Zu viele Gegner. Warum ist ein nices Licht angegangen? Ist ja mal voll assi. So. Da passiert jetzt nichts mehr. Da passiert auch nichts mehr. Und da will ich hoch. Zu viel Logik in einem Spiel. So, ich rette dich, Kollege. Du wirst mir nicht sterben. Aha. Das sieht doch gut aus. Ah, hier du bist. Oh, warum haben sie dich gehangen von mir nach unten? Ein kleiner Dracke. Nein. Es ist fast... ... gone. Okay, behalte, Jackie. Fast da. Ich hole dir deine Kraft wieder. Keine Sorge. So. Brauchen wir natürlich erstmal einen Weg zu ihm. Gibt es hier noch Gegner? Ah. Scheiße. Na, ich muss da raus. Geht nicht anders. I'm sorry. Alter, der ist stark, der Typ. Gefällt mir. Hat es schon irgendwie drauf. So, ich muss jetzt... Ja, das ist schön, aber... Hier sind überall... Stromleitungen und Licht. Und das ist definitiv nicht gut. Da komme ich nicht lang, muss ich hier lang. Den hole ich mir so. Zerstöre den Schaltkasten. Ja. Sagst du mir gerade, wo der Schaltkasten ist, dann mache ich das. Da oben. Na komm, den hole ich mir so. Wenn er mir schon im Weg sitzt. Jetzt muss ich hier hoch. Ha, da ist doch der Schaltkasten. Ich kann es nicht mehr nehmen. Ich muss es in mir fühlen. Jetzt! Ich kann es nicht mehr auf den Schaltkasten. Ich kann es nicht mehr auf den Schaltkasten. Ich kann es nicht mehr auf den Schaltkasten. Ich kann es nicht mehr auf die Schaltkasten, wo ich hier habe. Und wie jedes Schaltkasten vor dir, du hast lohrge suriert. Kommt, Pivisch. Also gar nicht. Ja, hold on. Scherzkeks. Wir müssen uns mal ganz dringend beeilen hier. Ja, hmm. Jetzt kommt die auch noch mit dem scheiß Licht. Als ob ich Zeit für so einen Schwachsinn hätte. Ah, fuck. Richtige Säcke sind das. Vor allem, sagt mir mal, wo ich hin muss. irgendwo nach da hinten und ich wurde gesehen aber ich muss hier weg aber nehme ich mit papst johannes der irgendwas muss ich lang links lang ach da vorne ich erinnere mich ja nervt mich nicht habe keine zeit für solche späße das war das freut mich ja ist okay ich bin da ich helfe dir hol ihn darunter verdammte scheiße das ist meine finsternis und die will ich auch wieder haben und die hole ich mir jetzt auch da kommst du nicht durch ne ich bin unbewaffnet und sehe aus wie ein kaktus das ist eine schlechte kombination denk eine waffe das ist mein Vater's office was diese scheiße zu tun in meinem alten Haus ja du bist nach Hause du kannst du etwas du kannst du mir sagen das war Pop's old gun er war ein collecter ja er collecte guns und schrecklich er war ein schrecklich das war das war ja für all das gut das hat er er versucht dir zu helfen Monke so waffe haben wir belickt haben wir jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen schönen guten tag ich suche meine finsternis und ich hätte dir jetzt auch sehr gerne wieder ließe sich das einrichten ja klar bin ich hier halt die fresse blöde sch- hm weniger fluchen huch machst das so so nicht mit mir freunde aber ne energie neigt sich jetzt schon dem ende geil ich brauch definitiv mehr energie aber ich hab ja keine finsternis um mehr energie zu holen das ist schlecht so ih lebt er immer noch schwein ich sag ja wer will nochmal wer hat noch nicht ähm wo muss ich hin ach na nicht mehr viel schuss ich brauch ne andere waffe so mehr schuss ist immer gut der weg sieht auch gut aus wo müssen wir denn hin äh ach ja von hier sind wir ja vorhin gekommen das ist das ist das ist gib es mir ich brauche es ich brauche es ich brauche es schau und spiel meine pettes jetzt du schau Der hat meine Fähigkeiten, das seh ich nicht ein. Stirb du dummer Spast. No. Nerven mich ja kaum die Viecher, ne? Na, wo bist du? Au! Penner. Komm her! Nein, ich möchte dich nur töten. Das ist ein elementarer Unterschied. Munition nehme ich. Wo sind die Viecher? Keine Ahnung. Energie habe ich nicht mehr viel. Er aber auch nicht. Ich glaube, das wird lustig. Oh oh. Ja, cover me. Ich kann ihn legen. Ja. Fuck. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Nein. Fuck. Die Viecher dürfen mich nicht nochmal treffen. Oh oh, Jan. Kannst du mich noch mehr treffen? Das ist ein Treffer. Das ist der Ende. Yes. Ha, ha, ha. So. Ich würde mal sagen, das ist definitiv meine Darkness. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr fühlen. Ich kann es nicht mehr fühlen. So, jetzt holen wir erstmal noch Talente. Ähm, was hatten wir denn hier nochmal? Schaden, ne? Schaden ist immer geil. Sturmgewehre oder MPs? Ähm, 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 nehmen wir die. Ach, verdammt. Brauche ich erstmal das hier alles, oder was? Schnelleres Nachladen. Schnelleres Nachladen, das ist schon mal drin, das ist gut. Was hatten wir denn hier noch? Ähm, mehr Ziele. Da kommt der gleich auf den Endfight an wahrscheinlich, ne? Nehme ich die, wie viel habe ich noch? Nehme ich die noch mit, alles klar, so. Das war nicht geplant, geh weg. So. Ist das Sonnenlicht? Ja, ne? Man sollte sich nicht mit mir anlegen. Hört doch mal auf mit euren scheiß Blend-Dingern. Ah, Herzen kann ich auch noch verzehren. Richtig. Da war doch was. Ah, ne, das war falsch. Das wollte ich ja machen. Also wieder reinkommen, was ich überhaupt machen kann. Oh, meine Munition ist leer. Geil. Ich könnte definitiv Munition gebrauchen. Na komm, warum auch nicht. Oder bringt es die eher? Na, ich nehme jetzt die. Die ist von meinem Dad, die nehme ich mit. Ah, wer schießt? Ah, Penner. Wie rechnet denn damit? Äh, meine Waffe. So. Ich muss mir ja hier nicht alles beaten lassen, oder? Geh weg. Oh man, ich werde mit dem Ventilator abwerfen. Und den Typen hier vorne hole ich mir erstmal. Weil der meint, mich mit seinem verkackten Scheinwerfer nerven zu müssen. Wie er durch die Gegend rennt. Geh mir halt. Wo muss ich hin? Sieht doch gut aus hier, oder? Äh. Orientierungsverlust. Ah, richtig. Ah, ich dachte, vielleicht kommen jetzt Gegner, die ich mit meinem Herz, äh, mit meinem schwarzen Loch abwerfen kann. Was zur Hölle? Ist mir irgendwie zu ruhig hier. Gefällt mir nicht. Muss ich wohl da vorne durch? Komm ich hier durch? Nö. Hä? Spiel verarscht mich nicht. Spiel verarscht mich nicht. Höh. Bin ich gerade irgendwie dumm, oder so? Also, ich glaube schon, aber... Ja, ja. Ah, ha. Willkommen zurück, Jackie.